Wir diskutieren heute darüber, warum nach rechten Drohungen eine Schule im Kanton Zürich ihren Gendertag absagen musste. Wir schauen uns die SVP-Kampagne gegen das Klimaschutzgesetz ein bisschen genauer an. Und wir sprechen darüber, warum nach wie vor ein Viertel unserer Bevölkerung von Bürgerrechten ausgeschlossen wird. Mein Name ist Matthias. Und ich bin der Sedrig. Das ist Meier-Wermut am 15. Mai 2023. Letzte Woche hat es wieder mal eine grosse Online-Auseinandersetzung gegeben, aber das mal mit realen Folgen. Ein SVP-Nationalrat hat eine Einladung von einer Schule in Stephan, in einer Gemeinde in Zürich, zum sogenannten Gendertag. Zumindest war das der Titel. Es wäre ein Tag, wo es darum ging, über Geschlechterverhältnisse, sexuelle Identität, Fragen von Liebe, wo positioniere ich mich, wie verstehe ich mich, was ist meine persönliche Geschlechteridentität zu diskutieren. Ein Tag, der offenbar seit zehn Jahren stattfindet, regelmässig an dieser Sekundarschule. Das hat dann zu einem riesigen Shitstorm geführt, wie man schon sagt, auf die Schule. Und jetzt hat sich dann am Schluss entschieden, aus Angst vor gewalttätigem Übergriff diesen Tag abzusagen. Das ist doch eine relativ klasse Geschichte. Es ist mega krass, auch was das für die Jugendlichen bedeutet, dass man mit rechten Drohungen Erfolg haben kann. Ich verstehe es aber absolut, dass die Schule sagt, nach so vielen Drohungen, man könnte das einfach nicht riskieren. Gehen wir nochmal zurück, was wäre der Tag gewesen? Es wäre ja das Ziel gewesen, die Jugendlichen in all den Fragen, die du vorhin aufgriffen hast, zu stärken. Und sie mit dem eben auch vor sexualisierter Gewalt besser schützen können. Ich weiss es sofort. Ja, weil man weiss, was man will. Und jetzt, wo der Tag abgesetzt wird, heisst das, sie nehmen in Kauf, dass Jugendliche weniger geschützt werden können vor sexualisierter Gewalt. Und sie sind mit ihren Drohungen durchgekommen, sie sind mit ihren Hetzen durchgekommen. Ich finde, das stellt ganz viele Fragen. Wir können sicher nicht alle beantworten im Podcast, aber auf verschiedensten Ebenen. Das Erste ist einfach der Fakt, dass das heute möglich ist. Oder dass man mit so einem Shitstorm und mit so einem rechten Mob, sorry, aber einfach kann so Veranstaltungen zwingen zur Absage. Also kann eine Demokratie ja nicht zulassen. Man muss ja irgendeinen Weg finden, wie man das verhindern kann. Dass man das verhindern kann. Das Zweite ist, finde ich, schon die zentrale Frage. Oder was triggert denn die Rechte so unglaublich? Man kann ja sagen, ich finde die ganzen Queer-Theorien und so sind für mich nicht zutreffend. Man kann sie sogar blöd finden, aber das ist doch nicht… Nein, die SVP, ich gehe jetzt mal schnapp an, wenn man nur irgendwo Gender steht… Und das ist ja praktisch. Warum provoziert das so unglaublich? Meine Thesen ist schon, weil die SVP sich wie ein neues Feindbild suchen muss. Sie haben natürlich gemerkt, die Linken haben einigermassen Erfolg bei ihrer Diskussion über Unnen-Oben. Also quasi die Menschen brauchen eine bezahlbare Wohnung, sie müssen entlastet werden, ihre Kaufkraft schwächt. Man muss dort Lösungen finden und die Leute geben uns ja immer mehr auch Recht in diesen Fragen. Also die SVP hat ja keine Antworten auf diese Fragen, ausser die Antwort ist, dass die Privilegierten noch ein bisschen mehr Privilegien geben und der Grosskonzert noch ein bisschen mehr Steuergeschenke ermöglichen. Also müssen sie wie ein neues Feindbild suchen. Das wichtigste Feindbild ist natürlich nach wie vor die Ausländerinnen und Ausländer. Aber zunehmend wird jetzt auch das Feindbild, eben die ganze Vogue-Geschichte, all die Emanzenen, die Frauen, Queer-Menschen, die sie so versuchen, eine neue Spaltung in unserer Gesellschaft zu bekommen. Ja, und die leider auch bis zu einem gewissen Grad erfolgreich ist, zumindest wie es die Verwirrung stiftet. Und dort finde ich es so spannend. Das eine ist die quasi Polit-Taktik. Das kennt man ja, dass die SVP sehr viel übernimmt, was die ganze europäische Rechte, was in den USA die Republikaner machen. Dort ist man ja extrem weit. Wenn man schaut, dass der Santis den Gouverneur von Florida macht, der hat richtige Zensurgesetze verabschiedet für die Schulen in Florida. Und das Krasse finde ich ja, es geht ja nicht darum, dass man sagt, okay, man muss ausgewogen irgendetwas machen oder wenn wirklich jemand übertreibt, oder wie man das dann soll sein, verbieten wir es. Sondern es geht grundsätzlich darum, dass sie verhindern, dass es überhaupt eine Auseinandersetzung gibt über Geschlechtsidentität. Also wenn das ist fundamental... Wie sie extrem reaktionär sind, wie sie natürlich auch wollen, dass die Frauen wieder zurück an der Herd gehen und nicht eine Rolle finden in unserer Gesellschaft. Aber das ist fundamental wissenschafts- und demokratiefeindlich. Das finde ich das Erste. Das heisst, diskutiert werden darf nur noch, was ich schon im Vornherein richtig finde. Das ist wirklich Trump-esk oder so in der Herangehensweise. Und das andere glaube ich schon, was ich faszinierend finde, das sind ja nicht nur, aber oft Männer, und zwar nicht von unten irgendwie, sondern die aus der politischen und wirtschaftlichen Leitung kommen und das so triggern. Und das finde ich faszinierend. Und meine These ist ergänzend zu dem, ich glaube schon, das hat etwas mit ihrer Identität zu tun. Das sind die Typen, die überzeugt sind, dass sie wirklich die Grandiosischsten sind in unserer Gesellschaft. Dass sie die Leistungsträger sind und dass alle eigentlich dankbar sein müssen, dass sie uns den Wohlstand erschaffen. Und wenn man jetzt anfängt darüber zu diskutieren, dass man vielleicht Geschlechterverhältnisse anders organisieren könnte, kommt plötzlich die Frage, ja, dann könnte man ja Betreuungs- und Hausarbeit anders organisieren. Und vielleicht leisten ja die Menschen, vor allem Frauen, die Care-Arbeit leisten, auch einen wichtigen Beitrag dazu. Und du bist gar nicht allein so erfolgreich, sondern das hat mit einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu tun. Respektiv, das sind ja höchst privilegierte Männer. Und ihr Hauptprivilegium war eigentlich eigentlich drin, dass sie sich nicht hätten mit ihren Privilegien auseinandersetzen müssen. Bis jetzt. Und zu Debatten steht das natürlich zu Recht in Frage. Und das, da werden sie herausgefordert. Was ich schon auch noch ein spannender Aspekt finde, ist, ihr Hauptargument, wo sie ja jetzt, sei das ein abgesagtes Konzern wegen Rastalocken oder jetzt eben irgendwie der Gender-Tag in einer Sekundarschule, in einer kleinen Gemeinde im Kanton Zürich, das, was sie ja so sagen, ist, man darf etwas nicht mehr sagen. Dabei machen sie ja genau das. Sie sagen, wenn irgendwo Gender steht, möchten sie so lange mühsam, bis eine Schule zum Schluss kommt, wir müssen dort die Abgabe sagen. Sie sind die, die, man kann, finde ich, schon sagen, einen gesinnigen Terror machen. Absolut. Und dort, finde ich, gibt es eine mediale Verantwortung, die nicht wahrgenommen wird. Natürlich gibt es, vor allem in den USA, darum müssen wir immer die Beispiele bringen, finden auch Momente, wo quasi Bewegungen von mir aus von links überbeissen, wenn sie versuchen, Vorträge zu verhindern. Aber das sind irgendwelche Studentengruppen, die vielleicht übertreiben, das ist nicht das Gleiche, wie gesetzte Nationalräte und Multimillionäre mit gesellschaftlicher Macht, die diese Machtposition ausnutzen. Und dort haben wir einfach seit zwei Jahren das undifferenzierte Bashing, nicht in allen Medien, nicht bei allen Journissen, das ist überhaupt nicht wahr, viele wehren sich auch, aber wo das Vogue-Wahnsinn, Gender-Gagating mitgemacht haben, als wäre jetzt das Hauptthema, wo sich das Land zwungenermassen von einer kleinen Minderheit zwungen wird, darüber zu diskutieren, Geschlechtsidentitäten sind. Das ist aber auch nicht wahr. Die Realität ist ja, die Menschen, die keine klare männliche oder weibliche Geschlechtsidentität haben, müssen immer noch darum kämpfen, dass sie überhaupt ernst genommen werden. Das ist ja die Realität. Wie man das hier verdrehen und mitspielen kann, das finde ich absurd. Ja, und vor allem die gleiche Zeitung, die jetzt zwar kritisiert, das, was jetzt Andreas Glarner gemacht hat, gegen die schuline Stefa, kann zwei Tage später schreiben, einen Artikel darüber, was darf man nicht mehr sagen in unserer Gesellschaft. Mit dem nehmen sie natürlich auch die Debatten auf. Ich erinnere mich, vor einer Zeitlinie hat mich ein Journalist von einer Zeitung angefragt, ob ich sagen kann, ob es denn in der Schweiz Sachen gibt, die man nicht mehr sagen darf. Und was ich dazu halte, ich habe ihm dann geantwortet, gesagt habe, doch, man darf noch alles sagen. Ich darf zum Beispiel sagen, dass das die beste Wahlhilfe ist für die SVP, so ein Artikel. Interessanterweise bin ich gecancelt worden. Ich kann mich erinnern, ja. Sprech, mein Zitat ist dann nicht abgedruckt worden, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Zitaten von anderen, die angefordert wurden. Stimmt, stimmt. Ja, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ja, und es ist einer von diesen Journeys, der ja sehr unterwegs ist auf dem Thema, so ohne, dass man das entdeckt hat. Ich kann aber durchaus so sagen. Wollen wir das Thema noch wechseln? Ja, wir müssen aber leider bei der SVP, bleiben bei ihrer, kann man schon sagen, Fake-News-Kampagne gegen das Klimaschutzgesetz. Du hast jetzt da gerade die Zeitung vor dir, die, glaube ich, mehr oder weniger jeder Haushalt in der Schweiz in den letzten Tagen bekommen hat. Ja, ich weiss gar nicht, wo anfangen bei dieser Zeitung. Es ist eigentlich einfach alles falsch, was dort reinsteht. Und ich finde, man sieht ganz schön jetzt auch an dieser Zeitung an, es ist völlig egal, ob es CO2-Gesetz ist, was durchaus Vorschriften oder Abgaben drin gab. Also das alte CO2-Gesetz. Das alte CO2-Gesetz für mehr Klimaziele. Oder ob man jetzt das Klimaschutzgesetz hat, das völlig frei ist von irgendwelchen Verbots, völlig frei ist von irgendwelchen Vorschriften und Abgaben, sondern ausschliesslich die Menschen und auch Unternehmen will finanziell entlasten, wenn sie ihren Beitrag leisten für mehr Klimaschutz, indem sie ihre Heizung zum Beispiel ersetzen. Das ist völlig egal, die SVP bringt genau die gleichen Argumente, die auch da jetzt einfach nicht stimmen. Ich finde das unglaublich gefährlich. Oder man macht ja, also wenn man jetzt sieht, das ist das Argument, das ist eben ein CO2-Gesetz gewesen, vor zwei Jahren, als du angesprochen hast, und wir verloren haben, oder drei Jahre. Zwei Jahre. Oh je, die Zeit geht schnell vorbei. Die, die wir verloren haben, muss ja durchaus quasi legitime Kritik an einzelnen Massnahmen geben, die wir diskutieren müssen. Und jetzt sieht man einfach, jetzt haben wir wirklich das Gesetz um 180 Grad gekehrt, und macht eigentlich genau das nicht mehr, was dann kritisiert worden ist. Und auch das ist nicht recht. Und das zeigt, die Klimapolitik ist längstens, zumindest für die extreme Rechte, kein Thema mehr, was ist da wirklich drin. Es ist unabhängig davon zu einer ideologischen Frage geworden, man muss fundamental gegen Klimaschutz sein. Ehrlicherweise finde ich, was da immer das Argument, nein, wir sind schon dafür, dass man Klimamassnahmen macht, aber genau die nicht. Am Schluss ist das nichts anderes, als de facto eine Leugnung vom Klimawandel, was da passiert im Endeffekt. Und das finde ich das Krasse. Das ist wirklich das, was bis vor ein paar Jahren in der Schweiz nicht denkbar gewesen wäre. Das ist wirklich rein Trump. Das ist nur noch, Wahrheit ist das, was ich gerade so behaupte, Lust habe. Einfach Bullshit. Und das darf man heute machen als grösste Partei. Ja, weil sie nach wie vor ein Atom-, ein Öl-Lobby sind, wo lieber Putin in die Hände spielen, in dem Sinn, dass man weiterhin abhängig ist von Öl und Gas, als wirklich, ich meine, das Klimaschutzgesetz. Weil erstens, dass die Menschen finanziell entlastet werden, wenn sie ihre Öl- und Gasheizung ersetzen, mit einer klimaschonenden Heizung. Und zweitens, Firmen dabei auch finanziell unterstützt werden, wenn sie Innovationen haben, um klimaneutraler zu wirtschaften können. Völlig basic, völlig richtig, wo SP bis FDP dahinter, ausschliesslich die SVP, die ausschert. Und ja, dann hat das Gesetz auch noch zum Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Also sprich, kein Ziel zu weit mehr auszuschossen. Das ist übrigens auch etwas von mir mit der Unterschreibung von den Pariser Klimazien bereits auch schon haben. Das ist jetzt einfach noch in ein Gesetz reingeschrieben worden. Und das veranlasst sie dazu, eine Kampagne zu machen, wo sie auch nicht davor zurückschrecken, ins Rat zu schalten, mit dem SP-Logo, wo wir sagen, jeder fünfte Haushalt kann sich eine kurzfristige Ausgabe von zweieinhalbtausend Franken nicht leisten. Mit dem machen sie Werbung gegen das Gesetz, wie sie sagen, die Sender, auch schon selbst die SP sagt, die Leute sind von Armut betroffen und mit dem Gesetz werden noch viel mehr von Armut betroffen sein. Finde ich schon krass, dass es nicht mal mehr quasi die Verwendung von anderen Parteien lag, die es zu ihren Zwecken zugeschrecken. Und ich meine, ausgerechnet die Partei, die systematisch in der letzten Legislatur nicht nur alles verhindert, die Armutsbekämpfung gewesen wäre, sondern sich jetzt auch noch einsetzt für die Rückgängigemachung zum Beispiel von kantonalen Mindestlönen, die genau die Armutsbekämpfung ins Zentrum genommen haben. Ja, ich finde auch. Es geht nicht um eine Stildebatte, ob man jetzt das abbilden oder nicht darf. Aber die völlige Relativierung von Wahrheit, die ich schon noch mal finde, ist eine andere Dimension. Man nimmt es einfach völlig aus dem Kontext und darf das dann machen. Das ist dann auch schwierig. Du kannst real so am Ende gar keine demokratische Debatte Das finde ich. Ich finde das gefährlich. Relativierung von Wahrheit, Klimawandel-Lügen als Beispiel, führt dazu, dass man gar keine Basis mehr hat, wo man darüber politisch diskutieren kann. Man kann gar keine Auseinandersetzung mehr führen, wenn die Basis gar nicht da ist. Und das will die SVP. Ja, das geht es definitiv. Sonst wäre es nicht so aufgemacht. Wobei, man muss sagen, ich finde, die ersten Kampagnen-Heinweise, was jetzt angelaufen ist, ist ja durchaus auch positiv. Also die Dynamik ist extrem da für das Gesetz. Wichtig ist, den Fehler nicht zu machen zu glauben. Ich glaube, es ist jetzt gelaufen. Und das können wir, glaube ich, schon sagen. Wir haben das für uns auch als zentrale Priorität erklärt. Klimawandel ist das absolute Top-Thema für die mittlere Zeit, für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und wir werden uns mit aller Kraft für das einsetzen. man kann auch nach wie vor sich überall noch einschreiben und mitmachen. Und dann, glaube ich, die Wahl- oder Aktenwärmungswärmung ist wichtig. Ja, nein, es ist schon wichtig. Nein, es braucht es auch. Es ist zentral. Ich meine, wenn es ein Nein gibt, also es gibt einfach keinen Plan B bei einem Nein. Nein. In dem Sinne. Es gibt nicht mehr Gewinner. Weil gerade im Klima, finde ich, ist ja schon die Frage, wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir können nicht sagen, ja, wenn es jetzt halt ein Nein gibt, wenn wir dann in zwei Jahren wieder schauen, was wir machen. Da zählt einfach jeden Monat nichts. mitmachen, hat massivste klimaschädliche Folgen für die nächsten Jahre. Das heisst, es ist wirklich zentral, dass wir unsere Leute angeturnen bringen, aber auch die Bürgerlichen ihre Leute zu mobilisieren. Da gibt es übrigens einen mega schönen Zirkelschluss, den sie immer machen. Es sind so zwei Argumente, die kannst du beliebig ausspielen. Das eine ist ja immer zu sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, was die Schweiz macht, weil es ist so wenig im globalen Zusammenhang. Aber das, was sie macht, ist verheerend. Oder wenn die Zeitung anschaut, beides kann nicht stimmen. Irgendwie eines von beiden ist falsch. Aber gut, das muss ja nicht unsere Lücke sein. Wichtig ist, wir setzen auf unsere Argumente, die haben wir versucht, auszuführen. Wer nicht mitentscheiden Klimaschutzgesetz ist ein Viertel von unserer Bevölkerung. Das ist wichtig. Nämlich all die Menschen ohne Schweizer Pass. Und du kommst aus dem Kanton Aargau. Ihr möchtet es auch jetzt oder den Menschen, die im Kanton Aargau leben, ohne Schweizer Pass noch ein bisschen schwerer machen. Also wir. Nicht ihr, aber den Kantonen. Auch den Kantonen. Mir ist das ganz wichtig noch zu betonen, der Aargau ist selbstverständlich ein wunderschöner Kanton. Nein, ich bin ja dort aufgewachsen. Es ist in der letzten Zeit immer wieder peinlich, wie das Kantonsparlament uns auf nationaler Ebene in Verruf bringt. Jetzt auch wieder mit einem schlicht absurden Vorstoss im Zusammenhang mit dem Bürgerrecht, Bürgerinnenrecht. Und man sagt, man will einerseits Leute, die Bagatelldelikte begangen haben, also wirklich so Töffchen geklaut in der Jugend oder frisiert vor allem. Und auf der anderen Seite die Sprachanforderungen massiv hochschrauben, so dass ein zuständiger Regierungsrat gesagt hat, das ist eigentlich das Gymnasialniveau, was ihr quasi... Also quasi das Gymnasialniveau auf einer Fremdsprache zu befinden. Ja, genau. Wenn du nicht mit Deutsch aufgewachsen bist oder mit Französisch, also Französisch ja weniger im Kanton angeht, aber Deutsch aufgewachsen bist, dann Gymnasialniveau. Und das ist das Absurde und vor allem vor allem Hintergrund, gerade wenn wir das Wochenende anschauen, die erste Regierungsrätin in Luzern gewählt, SP mit kosovarischem Hintergrund, wo Migration längstens in der Mitte von der Gesellschaft angekommen ist, unbedingt wollen, die Hürden hochzuschrauben und das Bürgerrecht noch schwieriger zugänglich zu machen. Das erschliesst sich mit... Also ich sehe schon, woher es kommt, aber es ist einfach gegen jegliche gesellschaftliche Realität. Und zwar, finde ich... Du hast jetzt das Bürgerrecht bewusst Bürgerrecht genannt. Das geht ja nicht ausschliesslich um politische Teile, aber es geht selbstverständlich auch darum, dass ein Viertel unserer Bevölkerung von den demokratischen Rechten ausgeschlossen werden. Sie können nicht mitentscheiden, eben wie das Klimaschutzgesetz, wie es in der Altersvorsorge weitergeht, ob man dort oder da eine Schule bauen soll oder nicht. Das sind alles ausgeschlossen, obwohl sie auch Steuern zahlen, wie alle anderen auch. Aber das Bürgerrecht oder das fehlende Bürgerrecht bedeutet auch, dass sie fehlende soziale Rechte haben. Sie haben nicht den gleichen Zugang zu sozialen Rechten. Nehmen wir das aktuellste Beispiel. Leute, die keinen Schweizer Pass haben, über eine längere Zeit hinweg Sozialhilfe beziehen, übrigens auch Ergänzungsleistungen beziehen. Die können, denen kann gedroht werden, dass sie ausgeschafft werden. Das heisst, die Leute werden daran gehindert, ihre minimalsten Rechte wahrzunehmen, nämlich Sozialhilfe zu beziehen, weil sie Gefahr laufen, die Schweiz zu verlassen. Zum Glück hat der Nationalrat dem jetzt zugeschoben, dass man von dem langsam wegkommt. Der Ball liegt jetzt beim Ständerat, glaube ich, Mitte Juni oder so, über die parlamentarische Initiative von unserer Kollegin Samira Martin soll entscheiden. Aber ich meine, das ist schon unglaublich, was das für die Leute bedeutet. Ich kann mich erinnern, ich war selber mal in Winterthur, ein Jahr lang, in der Einbürgerungskommission. Und viele von meinen bürgerlichen Kollegen haben dann immer so auf die Frage, warum wollen sie den Schweizer Pass die Antwort erwartet, damit ich wählen und abstimmen kann. Und wenn sie die Antwort nicht gebracht haben, dann war es schon ein bisschen Skepsis, soll man diese Person einbürgen oder nicht. Und was dann völlig vergessen gegangen ist, ist eben, was mit dem Schweizer Pass auch sonst noch als für Möglichkeiten und Rechte einhergibt. Absolut. Und jetzt, wenn wir noch mal für das Beispiel zurückzuholen, der Verschärfung von der Bürgerrechte entlarvt ja auch die ganze Geschichte. Es geht natürlich fundamental um das, was du gesagt hast. Es sind auch gewisse, ganz konkrete Interessen von gewissen Branchen, dass sich Leute nicht wehren gegen ihre Bedingungen und dass man sagt, man führt eigentlich da auch am Schluss einen Kampf, vor allem gegen Leute, die nicht gut ausgebildet sind, die armutsbetroffen sind, dass man die weghaben will. Und ich finde das sehr entlarvend, ausgerechnet für diese Parteien oder von rechts. Nicht die ganze Sendung über die SVP reden, aber die dann immer sagen, die Partei sind gegen die Universitären, Eliten etc. Sie machen es insbesondere Leuten schwierig, die eine schlechte Schulbildung hatten, die eine Berufslehre gemacht haben. Die sind vielleicht nicht gerade die, die eine Doktorarbeit aus dem Stehgreif schreiben können auf Deutsch. Und denen wird das Einbürgerungsrecht schwierig gemacht. Es ist eine extreme elitäre Perspektive. Einbürgert werden soll nur noch, wer gut ausgebildet war oder sich entsprechenden Nachhilfeunterricht leisten kann. Und das finde ich, ist das krass. Es ist eigentlich wirklich so eine Klassenlogik dahinter, wo man sagt, die, die unten sind, die wollen wir nicht haben, dass die mitbestimmen können. Und das hat den Bogen zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben. Weil das wären wahrscheinlich auch die, die sich zum Beispiel für Mindestlöhne oder Verbesserung von der Sozialhilfe dann einsetzen, wie sie es selber erlebt haben. Da gibt es jetzt aber einen Verein, der dem will entgegenhalten, oder eine Aktion Vier Viertel, die genau das möchte, nämlich den fehlenden Viertel unserer Demokratie, die eben aktuell kein Stimmrecht hat, ihnen den Zugang zu ermöglichen. Und ich glaube, die Bedingung ist, wenn sie fünf Jahre, also Ausländerinnen und Ausländer, fünf Jahre in der Schweiz sind, dass sie ein Anrecht auf ein Einbürgerungsanrecht haben, auf ein Bürgerrecht. Und ich finde das auch völlig richtig. Ich stelle immer wieder fest, überraschend, was das für eine unglaubliche Provokation ist für viele. Die Vorstellung, es gebe ein Anrecht auf ein Bürgerrecht, was noch lustig ist, wie wenn ich mich zum Beispiel hätten müssen um das Bürgerrecht bewerben, oder du glaube auch nicht. Nein. Also ich schon, aber in Italien, nicht für das in der Schweiz. Nein, ich habe das Glück gehabt, vor zwei Eltern geboren zu sein, die schon in der Schweiz geboren wurden und ihre Eltern auch schon. Genau, exakt. Das ist das eine, und ich finde es eben auch, der Untertitel von dieser Initiative, die sie lancieren wollen, ist ja für ein Grundrecht auf das Bürgerrecht. Und das finde ich, trifft es exakt, weil wir führen in der Schweiz eine völlig verkehrte Diskussion. Oder man muss wie beweisen, zumindest wenn man nicht geboren ist, mit dem Pass, dass man würdig ist, Schweizerin oder Schweizer zu werden. Und das ist im Kern fundamental antidemokratisch. Weil Demokratie bedeutet ja genau, dass ich nicht aufsagen darf, ob Athea mitbestimmen und mitreden kann, sondern ich muss es mir zumuten, mit dir streiten. Das ist ja eigentlich Demokratie. Jede und jede, die betroffen ist, darf mitbestimmen. Und dass man da das so zu einem exklusiven Recht macht, abgesehen davon, dass es wissenschaftlich längstens bewiesen ist, dass die Einbürgerung die Integration vereinfacht, auf dem Arbeitsmarkt und in anderen Bereichen. die Initiative wird schwierig haben, aber wir unterstützen sie. Überzeugt. Absolut. Und gerade auch wie man sieht, man möchte es ja nicht nur den Leuten schwierigen, die in die Schweiz einreisen und noch keinen Schweizer Pass haben, sondern Drittgenerationen. Ja, absolut. Also die, die Eltern schon in der Schweiz geboren sind zu einem grossen Teil und sie selbstverständlich auch in der Schweiz geboren sind, die ganze Schulkarriere da gemacht haben. Auch denen wird es, es ist jetzt ein bisschen erleichtert worden, aber die Hürden sind, also 2017 glaube ich, aber die Hürden nach wie vor so hoch sind, dass sich ein Bruchteil von denen, die sich einbürgerern lassen, Drittgenerationen, doch noch nicht einbürgern. Das kommt noch dazu, dass es halt einfach auch verdammt viel Geld kostet. Das kommt noch dazu und das ist ja leider die Ernüchterung ein bisschen von dieser Gesetzesrevision, wo das Volk sogar ja gesagt hat, wo man feststellt, jetzt ist man so viele Dokumente zusammensuchen und so, dass viele sagen, ach komm, das bringt es für mich gar nicht. Ich habe gerade das Wochenende eine Brunch gemacht von dessen Bezirk Zoffingen mit einer Familie geredet, die sich nicht einbürgern lassen lassen, obwohl sie das Recht hätte und die auf eine Art die Geschichte erzählt und schon ein paar Mal gehört, da habe ich viele Italienerinnen und Italiener ausgeführt, die sagen, hey, ich habe jahrelang, jetzt bin ich, oder jahrzehntelang, ehemalige Saison, ich habe es zu dem Land beitragen, ich kann nicht von mir erwarten, dass ich jetzt noch vor eine Kommission gegangen und sagen, Entwürdigende finden, ja, Sonja, wo ich einkaufe in die Migros, hey, sorry, ich erwarte eigentlich, dass das Land auf mich zukommt und sagt, Kuh bist du da, Kuh hast mich geholfen, das aufzubauen, dass das viel wichtiger ist am Schluss, als ja, finanziell ist es auch teuer, aber es ist das Gefühl, ich erwarte eigentlich, dass das Land mich anerkennt, ohne dass ich mich beweisen muss. Das verstehe ich mega gut. Absolut. Gehen wir zum Fragen? Jawohl, ich muss dir die erste stellen, du hast gesagt, ich nehme da noch die Zeitung weg, das gehört dir, ich muss es da pflanzlich verschieben, damit ich es lesen kann. dass wir da freien Blick haben auf die Frage, sollen Privatchats in der Schweiz verboten werden? Ich nehme an, das ist eine Frage im Anschluss an einen Artikel, der das Wochenende rauskommt, ist eine Auswertung. Ja, ich sehe wirklich nicht, warum ein paar wenige Superreiche das Recht haben können, 30 Mal im Jahr auf Monaco zu chatten, ihren Privatchat, häufig auch Privatchat, die in drei Flugstunden so viel CO2 ausstossen, wie ein Durchschnittsbürger, Bürgerin in einem ganzen Jahr verbraucht, sehe ich absolut nicht ein. Bleiben wir gerade ein bisschen beim Thema, deine Meinung zu CO2-Kompensation, wie zum Beispiel My Climate. Das ist eine zweischneidige Sache, also ich mache es da, wenn ich wirklich etwas machen muss, dann kaufe ich mir auch ein Zertifikat, aber eigentlich ist es das Freikäufer von der Verantwortung und wer es so kann leisten, kann es machen. Also ich glaube nach wie vor, klare gesetzliche Grundlagen sind eigentlich der bessere Weg. Theater oder Kino? Ich nehme an, du hast gemeint, das ist deine persönliche Vorliebe. Hey, im Moment leider weder noch, mangelnd Zeit. Netflix. Netflix, genau. Ich muss endlich mal die Brochurch-Serie fertig schauen. Er hat gesagt, ich glaube, ich fahre lieber Kino mit Popcorn, wenn ich mal wirklich so will abentspannen. wie findest du den Wahlausgang in der Türkei? Also die Wahlen sind ja noch nicht fertig, sondern es kommt jetzt zu einem Zweikampf in der zweiten Runde. Einerseits beruhigend, dass es der Erdogan nicht geschafft hat, in der ersten Runde schon die absolute Mehrheit zu holen. Jetzt wird es aber verdammt eng. Und ich hoffe natürlich, dass die Opposition wirklich eine Chance hat, etwas zu ändern. Was bedeutet die Wahl von Ilvet Fanay als SP-Regierungswältin in Luzern gestern? Einerseits ist die SP mit dem nach acht Jahren wieder in der Innerschweiz, namentlich in Luzern, in der Regierung vertreten. Und gleichzeitig ist sie quasi auch so als junge Frau mit kosovarischen Wurzeln die Antithese zum SVP-Mal. Wieso? Wieso feiern alle den Eurovision Song Contest? Hey, das kann ich mir wohl auch nicht vollständig nachvollziehen. Ich bin zwar eigentlich jedes Jahr an einer Party, wo man den Eurovision Song Contest schaut, aber das wäre nicht gewesen und ich habe es auch nicht geguckt. Ich habe allerdings ehrlicherweise in dieser Zeit keine WM geguckt. Das war es schon wieder mit Meier Wermut. Schön, Sie sind dabei gewesen. Wenn ihr wie immer Fragen, Kommentare habt, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr uns schreibt auf meier-wermut-at-sb-schweiz.ch oder einen Kommentar hinterlassen in der Kommentarspalte. Abonniert den Podcast auf allen Kanälen. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.